Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, dem Inkling bei LP. Heute stelle ich euch die Splatling Deko vor. Und ja, das ist ein Splatling Corsi Fiata, wie ich in dem Underpark meint hab. Und ja, die ist hässlich. Wegen diesen ganzen Pünktchen da drauf. So, ich drück jetzt einfach nur eins noch, weil das geht hier an. Okay, dann schau ich mal, hoffentlich hat die irgendeine was drauf. Ich sag's direkt vorweg, ich hab 17 oder 18 Abos, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Weil, zum Beispiel bei den 12 Abonnenten, damals hab ich auch gesagt, wow, ich glaub, ich hab damals 13 Abonnenten gesagt, aber einer hat mir wieder D-Abonnet gehabt. Und dann hab ich gesagt, wow, 13 Abos und in Wirklichkeit waren es bloß 12, deswegen. Nicht, dass ich mich an der D-Abonnenten hab, sag ich lieber bloß 17, falls kann ich 18 nennen. Genau, das ist sau viel über halbe Schulklasse und da freu ich mich riesig drauf. Und da die Videos eben weniger geworden sind, können die jetzt, äh, können so jede Woche mehrer kommen. Zumindest versuche ich es, so gut wie es geht. Das ist jetzt mein drittes Video, wenn ich das noch schaffe, dann hätte ich das eigentlich eh schon erreicht, dass ich reiche im Kopf für die Hochklang, das ist dann eigentlich eh schon. Was? Och man, komm. Naja, gut. Hey, was? Was macht der da? Hat gerade irgendwie so komisch ausgeschaut. Ja, aber der ist, der ist so, wie sagt man, so fein oder so, da brauche ich mich minimal mehr bewegen. Und der draht sich direkt. Alter Mann, der Sniper, der zielt so krass. Da verfällt mir immer nur um Haaresbreite. Oh, jeder. Was haben wir denn für Bombe? Au, ach, die hilft mir jetzt auch viel. Naja, da weiß ich immer schon mal, was haben wir denn gezielt, der drauf schießen. Jetzt müssen wir jetzt, wenn der auch mahnt. Was genau, wo hinten? Was ist denn das vorhin? Na, entweder lacht er mich aus oder er findet mich cool. Aber ich glaube, er lacht nie aus, weil er mich vorhin erschossen wird. Na gut, so hier gibt es die Freienmänner im Mond. Heute ist es richtig witzig, wenn das irgendwie so ein Abonnent war und das dann lacht. Oh, jetzt lach ich die Hände aus. Oh Gott, da kommt einer. Oh. Spürbombe. Ui, der hätte mich wahrscheinlich sogar noch mal umgebracht. So, zunächst noch ein Standardkampf. Irgendwann können wir mit der Waffe nicht umgehen. Vorher habe ich über das Ohren gekehlt. Aber die ist halt so hässlich. Naja, vielleicht versuche ich es mal auf Distanz. Oh Gott. Alter, wie weit kommt denn der? Mit jedem Schuss und so weiter. Oh, wetten, das hat er bloß gemacht, dass er extra nicht ganz aufgelohnt hat, dass man morgen da kommt nicht so weit. Hä, was? Zielkonzentrate. Mit derer schieße ich doch auch so oft. Ich bin doch noch nie so weit gekommen. Okay, wenn ich den jetzt nicht gehabt hätte, dann wäre ich richtig kacke gewesen. Ich meine, der hätte mich auch fast gehabt, aber. Bleib jetzt da dahinter, sonst kommt er wieder von oben. Spielchen kennen wir ja schon. Okay, sorry für den kurzen Cut, dass mir Oma reinkommen hat. Die hat mir Gurteln gebraucht. Ich werde immer so leckere, keine Ahnung, wie heißen die? Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen. Ach, wie heißt denn das? Ach, guck, mir fällt es nicht ein. Naja, mit der Runde mit der Waffe wage ich jetzt einmal den Karankampf, auch wenn ich noch nichts tun habe. Wenn ich nicht wirklich gut mit der Waffe bin, aber... Immerhin, komplett eine Kackwaffe. Nein, von oben ist er gekommen, die übliche Decke. Jetzt weiß ich nicht, was ich mir so gekoßen habe. Ach, ist ja egal. Jedenfalls ist da vorne drauf eine Kuh und die sind saulecker. Genau, aber wenn wir müde, die haben eigentlich nie Essen und wenn es mit, wenn die Oma mit da ist, dann... Dann bringt es die eigentlich oft mit. Genau. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was es für ein Modus ist. Okay, da ist ja schon der Rangkampf. Oh Gott, ich hoffe jetzt bloß, dass mein Team gut ist. Ich weiß, wir sind uns heute wahrscheinlich verloren. Ui, jetzt bin ich direkt zu Gold, ich kann noch nicht gehen. Weil... Oh Gott. Oh Mann. Gerade hab ich gesehen, oh Gott, da ist ja schon gelb. Oh nein. Weil die können ich mit so vielen Patronen, die so schnell nacheinander rausflücken. Eigentlich gut. Oh, mal. Ah ja, ist echt offen. Nein, ich komme nicht mehr hin. Ich mache mir alles farbig, dass selbst wenn er, äh, nein, nicht selbst, sondern, dass wenn er einfahren, nein, wenn er nicht einfahren würde, dass er dann nicht durchkommen würde, so rum. Das heißt, ohne einfahren kann er nicht durch. Das heißt, er muss eigentlich einfahren. Wenn er jetzt keinen Bock auf einfahren hat und einfach durchlaufen mag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist wirklich ein Seokharntype ausgesacular. Trotzdem, oh Gott, der Gegner für jetzt schon. Ich küggesch worship. Oh, was? Der ist in seinem Seiden zurück? Habe ich es in seiner Karte richtig gesehen? Der hat sich zurückgezogen? Ach nein, ich hab mir doch, der hat zurück abgehüpft. Ach Mann. Immer noch mal flüchten lassen. Na, heute hab ich einfach nur immer gesehen. Achso, weil er abgehüpft ist. Ey, jetzt macht's ich nicht noch mal. Doch, machen's. Mist. Aber das ist irgendwie immer so. Die Waffe ist genau dann auf zum Schießen. Oder die, ähm, Tinte ist genau immer dann leer. Wenn grad, wenn's grad wichtig wäre. Oh Gott, nein, come on. Die campen wir immer auf der Seite so durch. Oh, jeder, der richtig aufgeräumt. Wir haben sogar nur den Hähnen-High-Squad. Das war bloß um 4 Meter. Aber solange die jetzt nicht runterkommen. Ha. Ha, der ist wieder möglich geworden. Und dann. Und jetzt vier. Nein. Irgendwie ist das nicht so die Vorstürmwaffe. Man muss immer irgendwie erst aufladen und dann langsam reinlaufen. Das ist irgendwie so ein Vorteilhaft, wenn man da direkt mal reinhaut. Oh nein, als ob der Gegner hielt's schon den Hähnen-Rekord hat. Oh Gott. Mann, da hat's mich runtergekommen und ich hab überhaupt keine Chance mehr gehabt. Jetzt dürfen wir mal aber schauen, dass wir sehr oben da sind. Und jetzt wird's schwer. Oh Gott, was? Wann hat er denn die da platziert? Schnee weg, nein. Ich will doch bloß Schnee weg, weil ich schon fast tot war. Nein, jetzt hab ich nicht mehr gerückt. Jetzt haben wir voll verkackt. Wir haben unter 1 Minuten. Das ist unmöglich, nur zum Gewinner. Vor allem bei der Gegend ist er so viel besser als mir. Wahrscheinlich liegt er an mir. Nein, komm, Mann. Mit der Rekord kannst du auch im Korn rumschwimmen, weil du immer erst aufwarten musst. Dann weiß man nicht, wie viel braucht man, wie viel nicht. Und wenn man dann neben dem Ski ist, dann wird man ja schon verkackt. Komm, Manns, komm, versuch's nochmal. Alter, das wärst du geräumt. Nein, okay, wir haben verloren. Und ich steig fast wieder auf A+. Na ja, sowas, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ciao.